ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab im Theater schon tausendmal eine Frau gespielt, kapiert? Du willst doch da nicht als Frau hingehen Wann ist das ne Wolle? Hallo Ach Scheiße, Scheiße Hallo? Haben Sie mal Feuer? Tut mir leid, nein? Du mich hat gerade der Führer angemacht Ich bin dabei Du und Sarah Forst, ihr seid jetzt das Hauptpaar Darf ich vorstellen? Das ist Alexandra Honk Also ich vertrete ihn Sie Action! Stell dir einfach so ne richtig schöne Männerbrust vor Runter mit die Klamotten, Süßi Ich bin verkitzelig Und äh Ich bin so froh, dass wir uns angefreundet haben Das ist eine Rose Boah Jetzt wird gefeiert Hoppla Sag jetzt nicht, dass du dich verknallt hast Eventuell schon Es ist so schade, dass du kein Mann bist Das wäre der perfekte Moment Mond, Sterne Hemmungsloser Sex Ja, schade Alex, du hast überhaupt keine Ahnung von Frauen Hab ich wohl Wo ist zum Beispiel der G-Punkt? Bumm Du hast deine Rose vergessen Ich war ja letztes Jahr Platz 17 bei den Sex is Women Alive Mann, ihr reduziert den Frau komplett auf ihren Körper Ja 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 Untertitelung. BR 2018